Hey, liebe Menschen da draußen, ich wünsche euch einen wundervollen Tag und ich freue mich, dass ganz besonders du eingeschaltet hast. Ich werde in diesem Jahr nur eine kleine Anzahl sehr ausgewählter Seminare wirklich live geben und es ist mir eine große Freude, dir heute eine Seminarpremiere ankündigen zu dürfen. Sacred Love richtet sich ausnahmsweise nur an Paare. Es ist Andreas und meine Einladung an euch, euch wiederzufinden, den nächsten Raum der Liebe miteinander zu betreten oder euch vielleicht zum ersten Mal wirklich zu sehen. Wie du vielleicht weißt, leben, lieben, arbeiten, Andrea und ich seit nunmehr 30 Jahren miteinander. Man könnte sagen, wir sind Beziehungsdinosaurier und gleichzeitig immer wieder neu, frisch ineinander verliebt. Und wir haben in dieser Zeit alle erdenklichen Höhen und Tiefen einer menschlichen Liebesbeziehung erfahren. Wir sind wie zwei Kometen aus völlig verschiedenen Welten aufeinander geprahlt. Wir haben Leidenschaft erlebt. Wir sind in einem drei Jahrzehnte langen Abenteuer miteinander verbunden. Wir erfahren tiefe Zärtlichkeit und von Beginn an war da eine ganz, ganz tiefe, wir würden in unserem Wortgebrauch sagen, eine heilige Verbindung. Aber das ist die Wahrheit. Wir haben uns auch so oft missverstanden und verletzt. Wir haben uns auf verschiedene Art und Weisen verraten und wir haben die Ödnis einer eingeschlafenen Beziehung erfahren. Wir brachten beide ein inneres, verletztes Kind mit in die Beziehung ein. Und wir haben lange gebraucht, um zu verstehen, wie wichtig eine gemeinsame Vision der Liebe ist, um die Vergangenheit zu heilen. Wir sind beide öffentliche Personen und die meisten sehen wahrscheinlich ganz oberflächlich vor allen Dingen das Powercouple, welches Miteinander durch dick und dünn geht. Was viele nicht wissen ist, wie viel Arbeit im positiven Sinne, wie viel Mut und wie viel Gnade in unserer Beziehung wirkt. Die Wahrheit ist, wir waren nicht nur einmal kurz davor, auseinander zu gehen. Doch eine Kraft, die wir Liebenden, hat uns immer wieder aufeinander zugehen lassen. Und so durften wir im Laufe der Jahre erfahren, dass das, was wir Hitzköpfe am Beginn unserer Beziehung als Liebe verstanden haben, Anziehung war, aber noch lange nicht wirkliche Liebe. Ja, die Liebe ködert uns mit Verliebtsein. So egal, wie oft wir verletzt worden sind, egal, wie frustriert wir sind, Verliebtsein lockt uns immer wieder raus. Aber irgendwann will die Liebe von uns wissen, ob wir es ernst meinen, ob wir bereit sind, unsere Beziehung auf ihren Altar zu legen. Sind wir bereit, uns existenziell auf unser Gegenüber einzulassen und mit diesen Menschen zusammen die Geheimnisse der Liebe, die Kunst des Liebens zu ergründen? Wenn du mich fragst, aus unserer Erfahrung in der Arbeit mit mittlerweile wirklich vielen tausend Menschen, sind wir überzeugt, dass viele Menschen viel zu früh aufgeben. Einfach weil wir die Kunst der liebevollen Beziehung nicht gelernt haben. Und das ist tragisch, weil wir gehen immer wieder mit so vielen Hoffnungen aufeinander zu und werden dann enttäuscht. Aber anstatt an dieser so wertvollen Schwelle der Enttäuschung, über die wir auch viel im Seminar sprechen werden, miteinander stehen zu bleiben und uns von ihrem Feuer läutern zu lassen, brechen wir an der Stelle ab und gehen erneut auf die Jagd. Oder was vielleicht noch trauriger ist, wir schlafen nebeneinander im Alltag unserer Routinen ein und töten so die Liebe langsam und schleichend ab. Die gute Nachricht ist, und das ist die Basis dieses Seminars, es gibt die Liebe. Es gibt die Quelle der Liebe. Und sie wirkt in dir und sie wirkt in mir. Und unsere Beziehungen können ein wundervoller Weg sein, um diese Quelle in uns zu finden und überfließen zu lassen. Andrea und ich haben einen inneren Raum entdeckt, den wir heilige Liebe, Sacred Love nennen. Die Erfahrungen, die wir hier machen dürfen, sind so unendlich kostbar. Und die gehen weit über alles hinaus, was wir je über Beziehungen gelernt haben. So deswegen war es für uns irgendwann völlig klar, wir wollen nicht nur darüber berichten, wir wollen nicht nur ein Beispiel sein, wir möchten gerne andere Paare dabei begleiten, in diesen Raum oder noch tiefer in diesen Raum einzutreten. Es ist ein Raum innigster Intimität und zugleich größter Freiheit. Es ist ein Raum, in dem ihr miteinander Großes erschaffen und gleichzeitig sehr zart und behutsam Vergangenheit heilen könnt. Sacred Love ist ein innerer Tempel, den wir Menschen betreten können, wenn wir bereit sind, unser Ego genau zu untersuchen und zu entspannen. So wenn wir bereit sind, dieser besonderen Beziehung und diesem besonderen Partner, der wählt, so viel Lebenszeit mit uns zu verbringen, mit echtem Respekt oder wir würden sagen, mit heiligem Respekt zu begegnen, dann öffnet sich diese Tür. Also wenn ihr in eurer Beziehung an dem Punkt steht, an dem ihr euch nach mehr Tiefe sehnt, an dem ihr euch vielleicht insgeheim fragt, das kann doch nicht alles gewesen sein, an dem ihr euch neu und viel bewusster ineinander verlieben wollt oder vielleicht auch gerade ehrlich eingestehen müsst, dass ihr nicht mehr wisst, ob ihr den nächsten Abschnitt eures Weges gemeinsam gehen wollt oder könnt oder aber ihr habt das Bedürfnis, den bisschen Reichtum eurer Beziehung endlich mal so richtig intensiv zu sehen und zu feiern. Dann laden wir euch ein. Gemeinsam mit uns und anderen Paaren diesen Raum der Liebe und die Schwelle davor mutig, neugierig und ehrlich zu erforschen. Eine Sache ist mir ganz wichtig. Ich möchte euch, ich möchte dich fairerweise vorwarnen und ich bitte dich, dass du mir aufmerksam zuhörst. Dieses Seminar ist keine Garantie dafür, dass eure Beziehung in dieser Form, wie ihr sie jetzt habt, eine Zukunft hat. So eine Garantie gibt es nicht. So unsere gemeinsame Zeit wird die Wahrheit eurer Beziehung ins Licht bringen. Wenn ihr füreinander bestimmt seid, dann werdet ihr es danach klar wissen. Egal wie tief die Glut eurer Liebe im Augenblick unter der Asche des Alltags verborgen liegt, sie wird neu auflodern. Aber wenn das Feuer final aus ist, und Leute, das ist keine Schande, wir müssen nicht alle bis zum Lebensende zusammen sein, das gehört zum Leben auch dazu, dann werdet ihr wahrscheinlich das klar erkennen. Ich sage es deshalb nochmal ganz laut, in Sacred Love geht es nicht darum, Beziehungen auf Krampf zu kitten, sondern wir laden die Kraft der Liebe ein, uns alle zu heilen und unsere Sicht zu klären. Ihr werdet in dieser Zeit die Schönheit, die Größe, aber auch den Schatten eurer Beziehung sehen. Ihr werdet das peinliche Gerangel eurer kleinen Egos erkennen und das großzügige Wirken eurer Herzen. Ihr werdet erfahren, welche wundersamen Kräfte freigesetzt werden, wenn wir unser Recht haben entspannen und in unserem Herzen ankommen. Aus unserer Sicht macht ihr euch mit Sacred Love ein großes Geschenk. Ihr seid beide wundervolle Wesen und ihr schenkt euch bereits das Kostbarste, was ihr habt, eure Lebenszeit. So Sacred Love ehrt dieses Geschenk, indem ihr euch endlich oder vielleicht wieder oder vielleicht zum ersten Mal Zeit nehmt, euer gemeinsames Wir zu erforschen und zu feiern. Das Seminar richtet sich ganz klar an jede Form der zwischenmenschlichen Liebesbeziehung, das heißt auch hetero- und homosexuell, an Menschen, die gerade frisch zusammengekommen sind oder die schon sehr, sehr lange zusammen sind. Es besteht aus Lektionen, in denen wir essentielle Elemente liebender Beziehungen vorstellen, vielen Selbsterfahrungseinheiten, die du manchmal allein und manchmal mit deinem Partner oder deiner Partnerin erfahren wirst. Wir werden auch immer wieder zum ehrlichen Austausch zusammenkommen, um miteinander und voneinander zu lernen. Wir werden lauschen, fühlen, lachen, weinen und hoffentlich ganz tief erfüllt und still lieben. Noch ein Wort an die Männer. Ich möchte keine Klischee stärken, doch in unserer Erfahrung sind es meist Männer, die sich vorsichtig ausgedrückt eher zögerlich auf solche Abenteuer einlassen. So, damit das gelingt, damit ihr in Sacred Love wirklich wertvolle Früchte finden könnt, ist es wichtig, dass du mit einem klaren, aus dir heraus generierten, freiwilligen Ja antrittst. Also lass dich bitte nicht ziehen, betteln, überreden, sondern wähle für dich, ob dir diese Beziehung, diese Zeit und Reflexion wert ist. Wir werden im Seminar auch auf die verschiedenen Dynamiken der Geschlechter und Beziehungstypen eingehen, sodass du sehr wahrscheinlich am Ende ein wesentlich besseres Verständnis deiner bisherigen Widerstände gewinnst. Aber glaub mir, es lohnt sich so sehr auch für uns. Es ist Zeit, dass wir Männer entdecken, was für tiefe und wunderschöne Liebende wir sind. So, für dieses spezielle, heilige Thema der Liebe haben wir bewusst einen der schönsten Plätze an der Ostsee ausgewählt, Arndshoop. Viele von euch kennen den Platz vielleicht schon, aber stell dir einfach vor, wir schauen auf den weiten Horizont des Meeres, auf naturbelassene, weiße Seinstrände. Es gibt da eine berühmte Steilküste und wilde, sehr naturbelassene Wälder. So, das ist für mich das perfekte Ambiente, um deiner Seele zu lauschen, um deinen Geist zu dehnen und deinen Körper zu erfrischen. Im berühmten Hotel Segron lassen wir uns verwöhnen durch leckeres Essen, durch den Ausblick, durch Sauna, wenn du willst, gibt es da auch noch eine Massage und in den Auszeiten kannst du das Fischerstädtchen Arndshoop kennenlernen. Also, wenn ihr beide, ich betone beide, euch gerufen fühlt, dann wäre es Andrea und mir eine Ehre, euch bei diesem bemerkenswerten Schritt in ein bewussteres Wir zu begleiten. Ich glaube, es war Novalis, der gesagt hat, die Liebe ist das Alpha und das Omega des Universums. So, lass uns die Liebe tiefer kennenlernen. Wir freuen uns auf dich.